Einen wundervollen guten Tag, willkommen zurück zur Mathematik und den Abbildungen und den Relationen. Heute mit dem Urbild. Das Urbild definieren wir auf genau derselben Funktion, die wir uns letztes Mal auch angesehen haben. Und ihr erinnert euch hoffentlich noch ungefähr, was ich letztes Mal gesagt habe. Also, zunächst einmal, wir brauchen natürlich Funktionen oder Abbildung, ist dasselbe. Und wir brauchen das Zeug aus der Mengenlehre und haben eine Funktion A, also von der Menge A auf die Menge B. Und die bildet jedes A aus der Menge A ab auf 2 mal A. Okay, das bedeutet, wir haben hier nur 4 Elemente drin und wir treffen hier genau andere 4 Elemente. Nämlich 1 wird auf 2 abgebildet, 3 wird auf 6 abgebildet, 2 auf 4 und 4 auf 8. Die Elemente 0 und 10 werden nicht abgebildet, weswegen sie nicht im Bild drin liegen. Okay, so. Und jetzt kann ich auf genau dieser Funktion hier, also klar, ich könnte hier natürlich noch mehr Zahlen reinmachen, wenn ich das wilde. Aber ich muss nicht. Ich kann das einfach so definieren. Wichtig ist nur, dass jedes Element aus A ein Partnerelement aus B hat. Das ist wichtig für die Funktion f von A, weil ansonsten ist die irgendwann nicht definiert. Und dann haben wir so Probleme wie f von 0, wenn wir 1 durch 0 teilen wollen oder sowas. Ja, das geht einfach nicht. So, und jetzt haben wir aber noch natürlich die andere Möglichkeit. Und das ist ein Ding, das ihr wahrscheinlich relativ häufig berechnen wollen werdet irgendwann später. Und zwar das Urbild. Das Urbild ist definiert als folgendes. Wir haben gegeben auch wieder diese Abbildung. Generell geschrieben ist das eine Abbildung f von A nach B, die ein A auf f von A abbildet, wobei f natürlich soweit beliebig ist, sofern es denn alle As irgendwie auf B abbilden kann. Also eine gültige Abbildung einfach gegeben. In unserem Fall eine konkrete Abbildung, die A auf 2A abbildet. Und wir haben ein B innerhalb von der Menge B drin. So, und dann haben wir das Urbild definiert als folgendes. Das Urbild wird geschrieben als f hoch minus 1 von B. Also genau die Umkehrfunktion sozusagen. So sieht das quasi aus. Das heißt f hoch minus 1 von B. Achtung, das B ist natürlich in B drin. Das ist absichtlich so gewählt. Und es geht diesmal nicht auf A. Also wir hatten davor f von A. Jetzt haben wir f hoch minus 1 von B. Und naja, das Problem, was wir jetzt haben, ist ja folgendes. Jedes Element aus A hat einen Partner in B. Andersrum ist das nicht unbedingt der Fall. Andersrum kann das durchaus mal sein, dass wenn wir zum Beispiel 1 und 3 haben, die können beide auf 2 abbilden. Natürlich nicht bei dieser Funktion hier. Aber nehmen wir einfach mal die Funktion f von A gleich 1. Ja. f von A gleich 1, oder in unserem Fall 2, f von A gleich 2 ist eine super simple Funktion. Egal welches A ich reinstecke, es kommt immer 2 raus. Das ist eine konstante Funktion und das geht natürlich. Und die ist auch definiert für jedes A innerhalb von meinem A. Bei B sieht das anders aus. Hier haben wir dann nur ein Element, das überhaupt getroffen wird. Und alle anderen Elemente sind nicht mal im Bild vorhanden. Das heißt, die können gar nicht getroffen werden, weil wir haben eine konstante Funktion. f von A gleich 2 in dem Fall. Und wenn wir das haben, dann ist das Urbild auch ein kleines bisschen anders brechen. Nämlich, dann können hier natürlich mehrere Elemente reinfallen. Denn das Urbild ist definiert als, wir nehmen uns ein B und schreiben da sozusagen alles rein. Was, also wir nehmen uns dieses B hier, das wir hier gegeben bekommen als Parameter sozusagen. Und wir schreiben in diese Menge alles rein, was dieses B treffen kann, wenn man es in die Funktion reinsteckt. Sprich formell gesagt, es existiert, oder alle As für die gilt, f von A ist B. Das heißt, wenn wir die Funktion A auf 2A haben, dann haben wir natürlich folgende Urbilder. Wenn wir uns mal 6 angucken, 6 ist innerhalb von B f hoch minus 1, also welches Element aus A oder welche Elemente aus A treffen das Element 6 innerhalb B? Naja, dann ist das nur das Element 3, weil nur 3 mal 2 wird hier eben 6, die anderen 3 eben nicht. Wenn ich jetzt das Ganze mache mit f hoch minus 1 von 2, dann haben wir hier natürlich, welches Element kann die 2 treffen? Naja, 1. Achtet immer darauf, dass es trotzdem eine Menge als Ergebnis hat sozusagen, denn wir haben auch eben solche Fälle hier. f hoch minus 1 von 10 kann nicht getroffen werden, ist aber trotzdem definiert als Urbild. Das heißt, f hoch minus 1 von 10 ist einfach die leere Menge, weil es kann nicht getroffen werden. Es gibt kein Element in A, das meine 10 treffen kann und dementsprechend ist das hier natürlich eine leere Menge. Jetzt kann man sich natürlich auch überlegen, ey, wie hängen denn Bild und Urbild zusammen? Und deswegen, ich mag das nicht, wenn man die beide so direkt aufeinander folgen lässt. Sie hängen natürlich zusammen miteinander, denn das Bild ist immer genau das, wo hier keine leere Menge rauskommt. Also im Bild sind alle drin, alle Elemente in B drin, die eben f hoch minus 1 von diesem Element nicht leere Menge haben. Das kann man formell beweisen, das könnt ihr gerne machen. Wir haben uns aber noch nicht mit Beweistechniken auseinandergesetzt, deswegen verschiebe ich das mal für irgendwann anders. Aber grundsätzlich, wenn das Element nicht getroffen werden kann, sprich, wenn es nicht im Bild ist, haben wir eine leere Menge. Und wenn es eben getroffen wird, dann schreiben wir hier in diese Menge alle Elemente rein, die da treffen können. Und wie gesagt, für den Fall f von a auf 2, also nicht 2a, sondern einfach nur 2, also die konstante Funktion, da hätten wir überall eine leere Menge hier, außer für 2, da hätten wir einfach f hoch minus 1 von 2, ist definiert als a. Ja, weil jedes Element hier trifft meine 2. Und das wäre dann so eine Zusammenfassung von was eigentlich das Urbild ist. Okay, ich hoffe es hat euch gefallen. Wir hören uns nächstes Mal wieder. Bis dann. Ciao.